Konsum Dresden ist über 130 Jahre alt und wir haben eine lange Tradition, wir haben damit auch einen hohen Anspruch und um den zu erfüllen, wollen wir individuell Azubis wie auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und zu Spezialisten ausbilden. Bei uns wird es nie langweilig, denn bei uns hat jeder die Möglichkeit, an sich und seinen Aufgaben zu wachsen. Ich selbst habe als Auszubildende im Unternehmen angefangen, durfte viele Abteilungen durchlaufen, konnte viele Märkte kennenlernen und nun bin ich selbst Marktleiterin. Beim Konsum finde ich am schönsten, dass wir alle Hand in Hand zusammenarbeiten und die Teamarbeit einfach super funktioniert. Bei Konsum ist man nicht nur eine Personalnummer und es ist jeden Tag schön, auf Arbeit zu kommen. Ich denke, Konsum ist eine wirkliche Familie. Ich habe meine Ausbildung bei Konsum Dresden absolviert und bin heute als Systemadministrator tätig in der IT-Abteilung. Die Arbeit ist sehr abwüchslungsreich. In den Märkten und in der Zentrale sorge ich dafür, dass die Technik reibungslos funktioniert. Ein super Team, mit dem das Arbeiten wirklich Spaß macht. Am Anfang des ersten Ehrers bekommen die dann Paten, zu denen man dann jederzeit hingehen kann, Fragen stellen kann. Der unterstützt einen und man wächst dadurch auch einfach zusammen. Als Konsummitarbeiterin spielt man schon am ersten Tag das Wir-Gefühl-Team. Ein sehr schönes Miteinander. Die Ausbildung hinter der Theke ist sehr vielseitig und das Wissen, was uns hier vermittelt wird, nutzen wir hier auch. Außerdem kriegen wir auch in den Seminaren, die uns hier direkt neben dem Markt angeboten werden, sehr viel Wissen beigebracht. Vorsicht, Eis! Oh, danke schön. Kannst du bitte die Klampe mitmachen? Meine Leidenschaft des Kochens, die kann ich hier im Kettering voll ausleben. Zum Beispiel beim Kreieren von neuen Gerichten, wie zum Beispiel unser Rostbief für die frische Theke, was von unseren Kunden sehr gut angenommen wird. Ich bin Thekenverantwortlicher am Konsum Dresden, habe die Verantwortung über alle Fleischtheken und habe mein Fleischjormail gemacht, wobei der Konsum mich wirklich sehr unterstützt hat und dafür bin ich dankbar. Dass wir alle gut miteinander auskommen, fast familiär, sage ich jetzt mal. Das ist das Schöne an der Arbeit. Mein Fahrrad nutze ich über das Fahrradleasing, welches von Konsum Dresden unterstützt wird und ich nutze es, um auf die Arbeit, um zurückzukommen. Das ist das Schöne an der Arbeit.